Das Head-Up-Display projiziert ein Bild in einem gefühlten Abstand von zwei Metern in das Blickfeld des Fahrers. Ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen, hat der Fahrer alle wichtigen Informationen im Blick, wie zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, die Navigation, die maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit und weitere Assistenzfunktionen. Das blendfreie, hochauflösende Farb-Display wird nach Motorstart ausgefahren und nach Abstellen des Motors wieder in die Ruhelage zurückgefahren. Die Darstellung besteht ergonomisch einfach und intuitiv nur aus Symbolen und Piktogrammen. Die Displayneigung, in der die Informationen angezeigt werden, ist im Multifunktionsdisplay einstellbar.